Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Infovideo. Die meisten illegalen Werbeanrufe kommen aus dem Ausland. Allerdings gibt es leider auch sehr viele Callcenter in Deutschland, die sich nicht an die geltenden Gesetze halten können oder besser gesagt wollen. Vermutlich das Profit des Wegen. In den meisten Fällen geht es dabei dann um Lotto oder eine richtig tolle Zeitschrift. Zuvor allerdings noch eine kleine Anmerkung. Das Video dient nicht dazu, Lotto oder das Zeitschriftengeschäft an sich schlecht zu machen. Es geht hier ausschließlich um die Maschen der Betrüger, nicht über die Konzerne, auf deren Rücken das Ganze ausgetragen wird. Wobei ich hier allerdings trotzdem ganz ehrlich sagen muss, dass Lotto und die Zeitschriftenkonzerne mehr tun sollten. Dass ihr eigener Ruf eben nicht durch die Betrüger geschädigt wird. Unterm Strich lassen die das Ganze halt irgendwie auch zu. Aber fangen wir erst mal mit der ersten Masche an. Bei der Betrugsmasche Lotto spielt man hier sehr oft mit der Angst des Kunden. Diese Anrufe sind oft sehr heimtückisch und so unerwartet, dass viele erst mal am Telefon bleiben, um sich das anzuhören, was der Mitarbeiter am anderen Ende zu erzählen hat. Oft wird hier zum Beispiel gesagt, dass man an einem kostenlosen Gewinnspiel teilgenommen hat und man hätte vergessen, rechtzeitig zu kündigen und man müsste da dringend noch eine offene Rechnung bezahlen, bevor es hier einem teuer zu stehen kommt. Meistens wird hier dann gesagt, es kann ja mal passieren, dass man etwas vergessen hat und weil man so nett ist, würde man die Laufzeit nun von zwölf auf sechs Monate oder sogar drei Monate verkürzen. Man tut hier also so, als wäre man einer von den Guten und man möchte, dass der Kunde nicht so viel bezahlen muss für etwas, das er gar nicht haben möchte. Dabei gab es hier in Wirklichkeit nie einen echten Abschluss, also man hat nie ein echtes Abo besessen. Also die komplette Geschichte ist erfunden, erlogen und absolut ausgedacht. Wenn man hier seine Daten angibt und das Spielchen von denen mitspielt, dann gelangt man also erst in ein Abo, obwohl man vorher noch keins hatte. Hier wird nichts von zwölf auf sechs Monate oder sogar drei Monate verkürzt. Man schließt hier erst ein Mitspiel ab. Das sagt man dann dem Kunden natürlich so nicht. Daher ist der Betrug hier besonders widerlich. Ahnungslose Menschen, die Angst haben, etwas verkehrt gemacht zu haben, abzuziehen. Schon eine hinterlistige Nummer. Aber leider immer wieder in Deutschland am Telefon zu hören. Man behauptet dann am Telefon, man hätte wohl die AGB nicht richtig gelesen. Das wird auch sicherlich ganz oft der Fall sein, dass die meisten sich diese seitenlangen Aktenordner nicht durchgelesen haben. Und so könnte man dann in der Tat auf die Betrugsmasche reinfallen. Immer noch ganz kurz zu den AGB. In den allgemeinen Geschäftsbedingungen wird der ganze Vertrag geregelt. Sollte etwas kostenpflichtig werden, dann ist das immer Pflicht, dass das an einem Produkt extra gesondert mit angeschrieben wird, also draufsteht oder eben dazu gesagt wird. Man kann nicht einfach sagen, kostenlos und in den AGB dann ein Abo verstecken. Das ist in Deutschland gesetzlich ebenso wenig erlaubt. Gerade ältere Menschen, die sehr pflichtbewusst sind und noch aus einer Generation der Höflichkeiten stammen, können sofort Angst bekommen, wenn sie eine offene Rechnung nicht bezahlt haben und fallen dann darauf rein. Sind aber natürlich nicht immer nur die Älteren, die auf so eine Masche reinfallen. Allerdings scheint es eben gerade hier oft die Masche zu sein, ältere Menschen zu erreichen. In meinen Videos habe ich hier bereits ein passendes Video dazu gemacht mit dieser Masche. Schaut euch das Video gerne auf der Playlist an oder klickt hier jetzt einfach oben auf das kleine I-Symbol oben rechts im Video. Wenn es nicht die Lotto-Betrüger sind, dann sind es die Zeitschriftenverkäufer, die einem etwas andrehen wollen. Hier kommen gleich verschiedene Maschen zum Einsatz. Meistens soll man hier auch wieder an einem Gewinnspiel teilgenommen haben und man ist nun unter den Finalisten. Oft gibt es hier dieses Gewinnspiel gar nicht erst und ist schlichtweg einfach nur erfunden. Zumindest ist mir nicht bekannt, dass hier wirklich mal jemand etwas gewonnen hat. Die Masche nimmt jetzt aber erst so richtig Fahrt auf. Man erzählt den ahnungslosen Opfern, dass man sich unter meistens 20 Finalisten befindet. Die Zahl der Finalisten könnte hier gegebenenfalls mal von Callcenter zu Callcenter variieren. Und man hätte sich nun in den meisten Fällen schon mal einen ganz, ganz tollen Reisegutschein gesichert, der oft mit 200 bis 500 Euro angegeben wird. Ihr könnt es euch sicherlich schon denken. Dieser Gutschein ist allerdings nichts wert. Man erhält hier wirklich einen Gutschein. Allerdings ist dieser Gutschein an extreme Zusatz- und Zahlungsbedingungen geknüpft. Oder aber man kann diesen Gutschein nur auf einer ganz bestimmten Webseite einlösen. Und wenn man dann die Hotelpreise mal mit anderen Anbietern im Internet vergleicht, wurde mit dem Gutschein eigentlich gar kein Rabatt abgezogen. In der Regel wird der Hotelurlaub so auf jeden Fall noch teurer mit so einem tollen Gutschein. Nun gut, der Betrug ist aber noch lange nicht zu Ende. Da man dem Ahnungslosen ja noch was verkaufen will, wird jetzt behauptet, dass es für das nicht vorhandene Gewinnspiel einen Sponsor gäbe. Und dass man hier einen Monat eine Gratis-Zeitschrift bekommt und sie danach nur für xy Euro im Monat oder so ähnlich noch weiter bezahlen darf. Das ist alles Blödsinn und hier geht's nur um die Zeitschrift. Das gesamte Gespräch geht eigentlich nur um die Zeitschrift und nichts anderes. Man ist kein Finalist und man hat auch nichts gewonnen. Und es gibt auch keinen Sponsor. Die ganze Geschichte ist von vorne bis hinten einfach nur ausgedacht, um euch am Telefon zu halten. Es geht hier absolut nur darum, dass ihr ein Zeitschriften-Abo abschließt. Dass ihr als Dankeschön dann auch noch selbst bezahlen dürft. Diese Masche gibt es auch noch mit angeblich anderen Gewinnversprechen. Dass man zum Beispiel Autos oder den Gegenwert als Bargeld, was das Auto kosten würde, bekommt, ist alles einfach nur Quatsch. Alle diese Gewinne sind einfach nur erfunden. Das Schreckliche ist eigentlich, dass diese Betrugsmasche aus deutschen Callcentern kommt. Und das, obwohl wir so ein extremes Datenschutzgesetz haben. Die Betrüger interessieren sich hierfür allerdings nicht, denn es ist wirklich sehr schwer, diese zu fassen. Man ruft euch wie immer mit einer Rufnummer an, die man nicht zurückrufen und auch nicht zurückverfolgen kann. Und selbst wenn man mal so ein Callcenter dran bekommt, dann haben sie in der Zwischenzeit, in der Regel, das Spielchen mit mehreren tausend Kunden durchgezogen. Und haben bereits so viel Geld verdient, dass die Strafe im Vergleich einfach nur noch ein Kinderspiel ist. Unterrichtet man dann die Callcenter-Mitarbeiter darüber. Dass das Ganze nur eine Abzocke und ein Betrug ist, wollen die meisten Mitarbeiter darüber gar nichts wissen. Und sind dann anderer Meinung. Und legen einfach auf oder diskutieren mit euch mit lauter blödsinnigen Argumenten, die nichts mit dem ganzen Thema zu tun haben und reden sich eigentlich nur um Kopf und Kragen. Und das kann verschiedene Gründe haben. Entweder der Mitarbeiter glaubt alles, was die Firma sagt und ist einfach so naiv oder es ist ihm schlechtweg egal. Es kann allerdings auch sein, dass der Mitarbeiter gar keine andere Wahl hat, als dort weiterzuarbeiten. Denn die Callcenter gehen hier besonders widerlich vor. Mitarbeiter, die hier bei solchen Callcentern arbeiten, werden oft durch das Arbeitsamt dorthin vermittelt, weil dieser Mitarbeiter nichts anderes oder besseres abbekommen bzw. gewunden hat. Hier werden also oft sehr gerne Menschen genutzt, die es eh schon schwer haben. Also zum Beispiel hat das mit der Ausbildung nicht so geklappt oder es ist einfach irgendwas schief gelaufen in der letzten Zeit, sodass man eben auf das Jobangebot angewiesen ist. Da kann es noch viele weitere Gründe geben. Vielleicht ist man einfach nur durch eine ungünstige Lage in diese Arbeitslosen-Situation gerutscht. Die Gründe hierfür sind ja auch vom Prinzip erstmal egal. Wenn der Mitarbeiter nun erstmal in so einem Callcenter gelandet ist, hat dieser es auch wirklich schwer, dort wieder herauszukommen. Gerade wenn es solche Betrugs-Callcenter sind, verdient man dort auf keinen Fall mehr als Mindestlohn. Das ist aber noch nicht alles. Man arbeitet dort maximal fünf bis sechs Stunden pro Tag. Was bedeutet, dass ihr auch nicht auf eure 40 Stunden bei so einem Job in der Woche kommt. Was wiederum bedeutet, bei nur 20 oder 30 Stunden in der Woche, was ihr vom Mindestlohn da ausgezahlt bekommt, das ist dann noch deutlich unter den 1000 Euro. Stellt euch jetzt noch ein alleinerziehendes Elternteil vor oder jemanden, der finanzielle Schwierigkeiten hat und eventuell noch Kredite abbezahlen muss. So jemand kann dann gar nicht kündigen und muss den Job machen, den er hat. Das Ganze ist ein Strudel nach unten, der einen auch nicht mehr loslässt. Nun könnte man zwar sagen, dass man ja Arbeitslosengeld oder sogar Hartz IV bekommt. Alles richtig. Allerdings, wenn ihr einen Job auf Mindestlohnbasis ausübt und das noch vielleicht nur 20 bis 30 Stunden, weil ihr nicht mehr bekommt, dann reicht das Arbeitslosengeld, das man dann bekommen würde. Nicht mal für die Miete aus. Hartz IV bekommt nur jemand, der auch dazu berechtigt ist, das Ganze aufzustocken. Und hier liegt man oft wieder ein paar Euro darüber, sodass man auch dann Hartz IV nicht bekommt. Und selbst wenn, wäre das jetzt das absolute Existenzminimum, das man haben kann mit eventuell noch Kindern, laufende Kredite, Versicherungen, die man bezahlen muss, das ist auf keinen Fall mehr lebenswert. Also bleibt den meisten in dem Fall vielleicht nichts anderes übrig, als diesen tollen Job weiterzumachen. Naja, man könnte jetzt noch sagen, dann such dir doch einen anderen Job. Aber auch das wird nicht einfach sein. Nebenbei noch etwas Neues zu finden. Die Mitarbeiter werden unter Garantie von mindestens jedem zweiten, vielleicht auch, weiß ich nicht, mehr Kunden am Telefon durch den Hörer gezogen und sicherlich auch oft angebrüllt. Dazu kommen noch der Leistungsdruck, der Abschlüsse, die man schaffen muss, der Chef im Nacken. Und naja, ich denke, ihr könnt euch vorstellen, wie stressig es selbst fünf bis sechs Stunden am Tag im Callcenter sein kann. Und wenn ihr dort unter Leistungsdruck arbeiten müsst und zeitgleich von den Kunden eigentlich angeschrien werdet. Da hat man keine Kraft mehr, sich noch was anderes zu suchen. Die Telefonate werden außerdem auch nicht durch den Mitarbeiter selbst aufgerufen, sondern automatisch vom Computer gewählt. Ja, was bedeutet, wenn ein Kunde aufgelegt hat, nachdem er euch vielleicht noch angebrüllt hat, ist sofort auch schon der nächste Kunde am Telefon. Was dazu führt, dass ihr einfach fix und fertig von der Arbeit nach Hause kommen werdet. Wenn jetzt noch zu Hause das Kind auf einen wartet und wie gesagt vielleicht auch noch andere Verpflichtungen, tja, wo soll man da sich noch um einen vernünftigen Job kümmern? Nun ja, so kann es unter anderem laufen. Ich möchte hier auf keinen Fall irgendjemand in Schutz nehmen. Und ich heiße es auch nicht gut, dass die Mitarbeiter, die dort arbeiten, dort auch noch weitermachen. Aber man weiß manchmal eben nicht, unter welchen Umständen und Situationen diese Menschen eben leben müssen. Und letztendlich, wenn man überleben muss und es nicht mehr um Geld verdienen, sondern einfach nur noch ums finanzielle Überleben geht, tja, dann kann ich mir vorstellen, dass viele Menschen einfach zu allem bereit sind und eben das tun, was sie eben tun müssen, um zu überleben. Es soll, wie gesagt, alles keine Entschuldigung dafür sein. Aber einfach vielleicht auch mal eine andere Sichtweise auf den Menschen, der letztendlich am anderen Ende des Telefons sitzt, der auch nichts anderes tut, als dass man ihm vorschreibt und sagt. Er funktioniert halt einfach und macht nur das, was ihm eben vorgegeben wird. Passt auf euch auf und achtet auf die Signale am Telefon, die nach Betrug und Abzug rufen. Legt einfach auf, wenn ihr von solchen Callcentern angerufen werdet. Nur wenn diese Callcenter keinen Erfolg mehr haben, dann wird es solche Callcenter auch nicht mehr geben. Daher müssen alle Menschen darüber eben aufgeklärt werden. Von allein wird sich dieses Problem leider nie lösen. Auch da nicht, wenn man immer von sich selbst ausgeht. Denn nur weil du und ich wissen, wie man am Telefon betrogen wird, heißt das noch lange nicht, dass es andere Menschen in unserem Umfeld eben auch verstehen. Das hat nicht immer unbedingt etwas mit Intelligenz zu tun und kann theoretisch mit der richtigen Betrugsmasche jeden von uns treffen. Absolut jeden. Auch dich und mich. Es muss nur der richtige Betrüger mit der richtigen Masche am anderen Ende des Telefons sitzen. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Morgen wird es wieder ein ganz normales Abzockervideo geben und nächsten Sonntag wieder ein neues Infovideo. Klicke gerne noch auf Abonnieren, wenn du keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtest. Vergiss den Daumen nach oben nicht. Und hier findest du nun auch noch eine Playlist mit den verschiedenen Abzockermethoden am Telefon. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.